Forschung zum Anfassen. Das bietet die Leibniz-Universität alle zwei Jahre. In der Nacht die Wissenschaft können Besucher in verschiedene Bereiche der Studiengänge schauen. Die Nacht die Wissenschaft ist ein Veranstaltungsformat der Leibniz-Universität, welches wir alle zwei Jahre umsetzen. In dieser Nacht werden alle Standorte der Leibniz-Universität offen sein. Die Veranstaltung ist für alle Hannoveranerinnen und Hannoveraner und natürlich auch für alle anderen Interessierten aus der Region, insbesondere für Familien, für Kinder, für die breite Öffentlichkeit. Mehr als 180 Aktionen sind über den ganzen Campus verteilt und laden zum Mitmachen ein. Experimente, Vorträge und Führungen zeigen den Besuchern, Wissenschaft ist spannend. Wie zum Beispiel die intelligente Prothese. Auf jeden Fall. Die Prothese ist dafür da. Also sie wird komplett stehen, frei stehen. Man kann auch die Prothese selber steuern. Also es ist auch die Möglichkeit da, die über ein Smartphone zu steuern oder über dieses Gaming-Device, über dieses Mayo-Armband auch selbst anzulegen und selbst mal auszuprobieren, wie steuert man eigentlich so eine Prothese. Doch die Nacht die Wissenschaft bietet mehr als die Forschung an der intelligenten Prothese. Von Vorträgen aus Fukushima bis hin zu einem Landschaftskrimi der Umweltplaner ist für jeden etwas dabei. Ich würde empfehlen, sich insbesondere Örtlichkeiten anzuschauen, wo die Öffentlichkeit in der Tat sonst keinen Zutritt hat. Beispielsweise das Messdach am Schneiderberg bei den Geodäten. Da kann man oben in die Sterne gucken. Oder auch etwas wie den Mutkortraum bei den Juristen, wo Prozesse fingiert werden. Das alles und vieles mehr kann man am 12. November entdecken. Von 18 bis 24 Uhr stehen die Tore der verschiedenen Fakultäten offen. Das alles und vieles mehr kann man am 11. November entdecken.